Ich fang ganz am Anfang an. Meine ganze Familie starb bei einem Autounfall. Man hat an mir grässliche Experimente durchgeführt. Ich wurde entführt, vergewaltigt und gezwungen, jemanden umzubringen. Und ich bin hier und spiele mit einem beschissenen Fall. Wie war es bei der Wuttherapie? Ich bin auch wütend. Manche nennen mich Heldin. Andere nennen mich Freak. Du bist einer von denen. Vollidiot. Ich wollte das alles nicht. Ich mache bloß meinen gottverdammten Job in dieser gottverdammten Stadt. Detektivin? Ich bin einfallsreich. Die Menschen, die mir wichtig sind, sind in Gefahr. Ich muss mich entscheiden. Wohin? A. Ich lüge mich weiter selbst an. B. Ich unternehme was dagegen. Ich weiß nicht, wie du das erträgst. Es heißt Whisky. Bitch. Nenn mich nochmal Bitch. Jessica Jones. Du bist eine trinkfeste, reitbare, völlig verkorkste Frau. Etwas hinzuzufügen? Miss Jones. Ich gehe mit Drogen indirekt um. Ich schlage ihnen an den Kopf, bis sie bewusstlos sind. Oh, 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 tell us so. We belong way down below. 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 Way down below.